Schon wieder Kuhscheiße! Lecker! So, und wieso hat das Schild sich beschwert? Ich war doch noch am runterbremsen. Man, hattest das ja nicht gemerkt. Man findet keine Freunde mit Salat! Man findet keine Freunde mit Salat! Ja, ich dreh langsam am Rad. Aber wer mich kennt, weiß, dass das schon lange ein Dauerzustand ist. Nett! Ja, hier in der Provinz, da grüßt man sich noch. So, hier jetzt? Auf Burgring! Ja klar, natürlich, der Burgring, wer kennt ihn nicht? Oh man! Ich prognostiziere mal, ich werde mich mindestens einmal verfranzen. Oh, hier riecht es nach Essen! Oh, hab ich Hunger! Plötzlich! Geotour Felsenmeer! Ach, hier ist das Felsenmeer! Hier war ich schon mal, glaube ich, vor Jahren mit meinem Papa! Das ist echt schon eine verdammelange Menge! Ach, die Sonne! Irgendwo reflektiert sie im Visier! Ich kann sie nicht sehen, aber sie ist da, ich schwör's! Ach! Ja, Schatten vorhanden! Entweder hat mich ein Vogel angekackt, oder das war ein Vogel, der gegen das Visier geflogen ist! Boah, Scheiße! Ich hoffe echt, ich sehe noch genug, wenn ich nach Kassel komme! Und nicht, dass ich zwischendurch alle 20 Kilometer halten muss, um mir die Siffe von der Scheibe zu wischen! Schöne Häuser! Schweinsberg, Dannenroth! Also, falls irgendwer dieses Video sieht und aus den Käffern kommt, durch die ich fahre, oder die da in der Nähe liegen, lasst mal einen Kommentar da! Ich will mal wissen, ob da irgendwer wirklich lebt! Ob es da überhaupt Internet gibt! Allee, 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 Allee! Eine Straße, viele Bäume, ja, das ist keine Allee! Ja, zu Ehren der EM! Hm, Heu! Ich riech das Heu, das erinnert mich an meine Meerschweinchen! Ja, keine Ahnung! Memories! Zu was ein Heu so alles bringen kann! Hallo Baby! Das hat aber böse geguckt! Okay, danke! Ah, Hubbeldick! Wer hätt's gedacht! Also, das ist schon die ganze Zeit Hubbeldick! Oh, und Kuh! Ich riech es! Hier gibt's Kühe! Hm, schick! Das ist doch echt schön hier! Muss ich, muss ich wirklich zugestehen! Ah! Oioioioioi! Geht das in die Finger! Und in die Schultern! Und auf den Hintern! Cool! Schön schön! Hier könnte Ronja Räubertochter wohnen! Oh, neuer Fahrbahnbelag! Oh! 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 wer das erkennt, ist alt falls es wer erkennt, schreibt mir in die Kommentare boah, Pommes hier riecht es nach Pommes hier riecht es immer noch nach Pommes, verdammte Axt eine Ampel? im Wald? alter Dinge gibt es, die gibt es gar nicht ach, da ist dann durch, ok, ich sehe warum oh Gott, meine Beine überall nur 60, ich hoffe, die Menschheit wäscht sich das war sowas von mies und? naja so, gleich geht es rechts doch mein Herz schlägt längs praktisch, dass keiner kommt ich schätze mal, dass keiner kommt ja, Eintracht, so muss das Mr. Wuiwi, go bye bye fuck you, Ampel danke muss es ja zu ausfällig werden alter, deine Mutter sitzt unter die Kasse bei Kik und not Piep Kik, wie geil schön hier also ich habe zwar nicht viel mit Kirche am Hut, aber Kirchen können durchaus architektonisch ganz nett sein ja, Siri, ich fahre gleich weiter und weiter eben ging es an Borken vorbei jetzt an Edermünde dann kommt noch Baunatal und dann war es eigentlich das auch schon das hätte auch schneller machen können, der Herr Warp WarpWire ein WarpWire ist wahrscheinlich Skurti auf bayerisch nur Warp nicht, auch Skurti Miep in der Welt von Pornotiteln ist natürlich When I Come Around auch etwas zweideutig und frag mich nicht, wie ich da jetzt drauf komme meine Gehirnwindung und so also man kann mit den Taschen auch schräg fahren so während ich hier nach Kassel reingurke, sage ich mal vielen Dank fürs Zugucken es war mir eine Freude, mir den Mund vorsichtig zu rechen über Stoß nein, ich hoffe es hat euch irgendwie erheitert ich quetsche mich jetzt hier noch ein bisschen durch den Verkehr also bleibt sicher fahrt gut, viel Spaß und bis zum nächsten Mal 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 Untertitelung. BR 2018